Aber ich habe dir Hoffnung nie aufgegeben. Ich denke, du hast dir verdient, unser Land und unsere Feen wieder zum Leben zu erwecken. Komm schon, Will! Boah, yeah! Das war fantastisch, genial. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Was für ein Anblick, das ist wirklich magischer Feenstaub. Ihr seid alle Helden. Wir können euch nicht genug danken für das, was ihr getan habt. Wir sollten zurückgehen. Oh, ich habe keine Lust mehr auf diesen Blumenweg. Jetzt, wo ich meine Magie wieder habe, ist das nicht mehr nötig. Euer ganz eigenes Portal. Das klingt schon besser. Gute Reise und nochmals vielen Dank. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.